Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wimbird. Ja, wir sind jetzt wieder am Bauen. Unsere Figuren haben sich ja alle so ein bisschen erholt von der Hitze. Hoffe ich. Wahrscheinlich kommt gleich wieder Hitzeschlagwarnung. Also ein paar haben ja hier immer noch... Oh ne, der nicht mehr? Okay, keiner hat mehr Hitzeschlag-Anzeichen. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also 37 Grad sind hier noch außen, aber hier ist es halt jetzt drinnen angenehmer. Kein Dach? Wo fehlt denn jetzt hier ein Dach? Vielleicht meinen die das? Weiß ich nicht. Moment, das gucken wir uns mal an. Zone-Gebiet. Dach. Hier fehlt Dach. Warum denn das? Komisch. Hm, und deswegen zeigt er mir jetzt die Temperatur nicht an, oder? Na, 21 Grad trotzdem. Okay, also es wurde runtergekühlt auf jeden Fall. Können wir mal versuchen, ob was noch... Obwohl 21 Grad ist eigentlich gut, oder? So, lass ich mal. So, was machen die Leute? Forschung und... Ja, wir kriegen Stahl. Schön. Endlich. Mensch. Was in der letzten Folge echt dazu drängen mussten, mal ein bisschen Stahl abzubauen. Gut, die schlafen noch. Ja, jetzt können wir hier drinnen auch langsamer wieder ein bisschen... Ähm... Ja, sauber machen. Wollte ich sagen. Ist sogar Yuma eingeteilt, aber auch als vieles mehr. Also der hat ganz schön zu tun hier. Ich lass erstmal alles so. Wir gucken erstmal, was die Leute jetzt so machen. Ja, und war den niemals überredet kriegen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, der... So gut ist er auch gar nicht. Also, na gut, wir können ihn in Landwirtschaft ein bisschen gebrauchen und beim Bauen. Ach nee. Achso, unser Gefangener. Was hat der denn? Hitzeschlag immer noch? Boah, dem geht's auch so nicht so gut hier mit dem linken Auge. Permanente Schmerzen wegen der Pistole. Kann nicht gut sehen und sich nicht gut bewegen. Na gut, nicht gut bewegen, kommt wahrscheinlich davon. Und immer noch die Infektion. Ich glaube, wir lassen den frei. Ich glaube, der bringt uns nichts. Den kriegen wir auch nie überredet. Also, mag der überhaupt schon jemand von uns? Nee. Der kann uns noch nicht mal leiden. Äh, also erstmal müssen wir den natürlich wieder beruhigen. Ich nehme am besten wieder zwei Leute. Wo ist Yuma? Ach, zu weit unten. Nee, das dauert zu lange. Ähm, ich nehme Robert noch mit dazu. So. Ich glaube, wir lassen den dann echt frei. Also, exekutieren will ich ja niemanden. Das habe ich ja schon mal gesagt. Deswegen, einfach freilassen, alles gut. Ach, da liegt er schon. Okay. Haben wir Robert gar nicht gebraucht dafür. So. Nee, ausziehen natürlich nicht. Ähm. Ich bringe den nochmal kurz ins Bett. Und dann stellen wir das mal ein. Wir lassen den frei. Das bringt uns so alles nichts hier. Freilassen. Warum soll ich jetzt auch mit dem ordentlich reden? Aber zur Strafe, dass er nicht zu uns gehören will. Ich ziehe den aus. Der kann sich eigentlich auch selber auch holen. Also, ich weiß nicht. Ich will den gar nicht. Ich will ja auf jeden Fall nichts verschwenden. Hm. Nee. Lassen wir mal ihm. Die Prellungen könnten wir mal kurz deswegen ins Bettchen schicken. So. Und kurz ausruhen lassen einfach. Handelt werden muss, das garantiert nicht. So. Juma baut immer noch Stahl ab. Oh, das sieht doch gut aus. Aber wieder einen kleinen Vorrat werden wir auch brauchen. Garantiert. Können wir noch was abbauen? Wie gesagt, das lasse ich erstmal die Reihe stehen. Damit wir die Wand jetzt nicht zerstören. Boah, wir haben ja auch noch einiges zu bauen. Hier ist unsere Grenze. Hier wollte ich nochmal einmal komplett rüberziehen. Also wahrscheinlich einmal erstmal hier. Gut, dann brauchen wir das gar nicht. Dann können wir es auch komplett abbauen. Ja. Aber ich lasse es erstmal, solange ich hier noch nichts haben. Hier wird trotzdem versorgt gerade. Aber wenn er laufen kann, dann schicken wir ihn nach Hause. Geht das schon irgendwie? Können wir das selber machen? Nee, ich glaube nicht. Geht es eigentlich unseren Tieren gut? Wie sieht es denn da so aus? Haben die alle Bedürfnisse erfüllt? Gut. Ihnen scheint es ja nichts zu fehlen. Müssen wir auch mal darauf achten, dass die genug zu essen haben. Aber gut, hier liegt ja auch so viel rum. Wir schaffen es noch nicht mal, das alles einzulagern, was hier alles rumliegt. Der Kühlschrank ist auch fast voll. Weiß ich nicht, ob wir da mal im Zweiten irgendwann bauen müssen. Ah, guck mal, es kürzt sich gerade ab, tatsächlich. 27 Grad. Ah, die Hitzewelle scheint nicht mehr so schlimm zu sein. Was haben wir überhaupt gerade? Immer noch Frühling? Was? Wir haben Frühling? Ach du Scheiße. Ich will gar nicht wissen, wie heiß es im Sommer wird. Ich glaube, wir müssen hier noch hunderte Klimaanlagen mit hinzimmern. Sollten wir dann vielleicht mal, wenn es sich hier ein bisschen mehr beruhigt... Äh, vor 27 Grad geht es schon. Da können wir ja noch ein paar bauen. Äh, so. Moment, hier Temperatur. Setzen wir gleich mal noch welche. Am besten auch richtig rum. Ähm, hier bauen wir ja gerade noch einen Raum. Das ist Quatsch. Gefängnisraum wird der auch nicht bleiben. Dann machen wir auch nochmal einen neuen, schöneren. Hier können wir noch eine daneben zimmern. Machen wir mal. Ich habe echt Angst, wenn das jetzt hier gerade der Frühling war. Ach du Scheiße. Dann wird das im Sommer ja richtig, richtig schlimm wahrscheinlich. Ja, die brauchen so lange, wenn man sie nicht behandelt. Hätten wir doch mal machen sollen. Kann die sich da mal nicht eben ein bisschen erbarmen? So. Ja, dann holt die sich vielleicht noch ein bisschen schneller. So, Robert ist auch schon wach. Der meditiert. Ja, wir haben ja immer noch keinen Strom. Ich mache das jetzt mal. Ähm. Ich verbinde das jetzt hier einmal quer. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. Vielleicht kommt es wirklich einfach am Schluss da einfach nicht mehr an. Aus irgendeinem Grund. Aber nicht, dass dann die Lampen nicht mehr funktionieren. Schauen wir mal. Aber eigentlich sollte alles verbunden sein. Schlechte Laune. Ah, Jumi. Ja, weil die sich hier kümmern muss wahrscheinlich. Die kann sich auch gleich wieder um sich selbst kümmern. Aber noch die. Okay. Wie geht's der denn so? Sehr hässliche Umgebung. Ja, es tut mir leid. Aber hier haben wir ja schon die Blumentöpfe am Vorbereiten. Muss nur immer jemand machen. Ja, auch. Ach, die lässt den jetzt frei. Na, dann gucken wir mal kurz. Das ist nackig natürlich. Der Tier kann hier vergammeln. So, jetzt geht er nach Hause. Ja, jetzt warte, wenn's denn los. Wir müssen den nicht durchfüttern. Wir müssen nicht ständig, wenn der ausrastet, unsere Leute das Leben riskieren. Ist schon ganz gut so. Kann ja auch uns jederzeit denn was passieren, wenn der hier immer ausrastet. An seiner Zelle. Der scheint ganz schön aggressiv zu sein, der Typ. Wie gesagt, exekutieren ist nicht. Ey, seiner Wille stark neurotisch. Hm. Aber so von den Dingern hier ist er gar nicht mal so schlecht. Eigentlich. Ja, stark neurotisch. Na gut, aber wir haben hier teilweise auch ganz schöne Probleme. Bünde aggressiv, blutrundstig. Ja, auch blutrundstig und stark neurotisch. Also, Pessimist. Hässlich, depressiv. Gut. Also, wir haben auch nicht die besten Leute dabei. Eigentlich haben wir hier eine totale Selbsthilfegruppe. Ich glaub, darauf bin ich auch schon mal gekommen. Was macht der hier? Steg tra... Trägt... Trägt Stahl. Gut. Jetzt muss ich mal gucken. 25 nicht, dass es hier zu kalt wird. Oh ja. Das kühlt hier gerade ganz schön runter. Weil draußen gar nicht mehr so kalt ist. Äh, da bitte. Ja. Das wird hier langsam ein bisschen kalt. Und hier sieht's ganz gut aus eigentlich. Kann auch ein paar Grad wärmer machen. So, und draußen haben wir wieder angenehme 26 Grad. Das sieht auch gut aus. Das Dächer müssen hier noch gebaut werden. Ja, aber das kriegen wir alles hin. Super. Hier wird auch wieder weiter Stahl. Also, das kriegen wir auch hin. Oh, jetzt ist der hier echt einmal rum, weil der die Tür nicht benutzen kann. Oh, das ist ja auch ein bisschen... Naja. Muss uns nicht stören. Schön, funktioniert alles doch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob wir Lenf hier jetzt bei der Forschung... Oh, hier müssen wir mal das Bett bei der Forschung so lassen. Obwohl wird alles noch interessant. Ach, und was mir gerade einfällt, wir können ja die Sachen noch bauen. Ähm, hier unsere Handelssachen. Das ist leider ein Riesenapparat, die man da bauen kann. Ähm, hier, diese Funkanlage. Da brauchen wir echt schon wieder den ganzen Raum. Das ist ein bisschen doof. Naja, da wird uns nichts übrig bleiben. Wir müssen echt den ganzen Raum davon nehmen. Gut, dann haben wir hier jetzt einen Funkanlagenraum. Ich überlege gerade, wie wir das am schönsten machen. Vielleicht einfach so. Wir können ja hier noch ein bisschen was wegnehmen. Was ist jetzt passiert? Party. Okay, wir haben hier gerade eine Party am Laufen. So, dann nehmen wir hier noch was weg. Dann können wir hier noch den großen Labortisch hinstellen. Oder wir machen hier was anders. Hm. Weiß ich noch nicht. Den Hightech-Labortisch nehme ich. Ja, den können wir dann hier eigentlich so gut daneben stellen. Hier passt der gar nicht mehr hin. Machen wir dann da. Finde ich ganz gut so. Was ist hier passiert? Ah, okay. Die Kabel. Wo ist denn die Party? Ich sehe die gar nicht. Robert schmeißt eine Party. Wo sind die alle? Hier ist der Party-Fleck, glaube ich, eigentlich. Passiert aber nicht wirklich was. Die laufen da auch nur rum gerade. Ach, guck mal, zur Brauerei müssen wir auch noch fahren. Tja. Also die machen wohl Party, aber gehen irgendwie alle für sich selbst spazieren auf dieser Party. Irgendwie seltsam. Aber gut. Entspannt sich. Na, sollen sie machen. Hauptsache, das bringt denen irgendwie meine Bedürfnisse und Vergnügen. Das ist ja das Wichtigste. Ah, die Partys dauern immer so lange. Das ist das Blöde. Man vergeudet damit zu viel Zeit. Ich wünschte, die würden das nicht machen. Naja. Also man kann die ja trotzdem jetzt eigentlich... So, wenn ich das jetzt einfach mache, macht er mal kurz was. Aber ich glaube, dann geht die Party trotzdem gleich wieder weiter. Ne, doch nicht. Okay. Also kann man die durchaus auch davon abhalten. Freut die aber wahrscheinlich nicht so. Weiß ich nicht. Na, wir lassen die mal. Wofür ist jetzt Party zu Ende? Das ist ein bedrohliches Geräusch, wenn die Party zu Ende ist. Okay. 21 Grad haben wir. Sollte für alle angenehm sein. Draußen 36 schon wieder. Okay, es geht schon wieder hoch anscheinend. Hm. Das lasse ich mal noch. Ich weiß, wir wollten hier irgendwie einen Garten oder so machen. Deswegen wollte ich hier freiräumen. Und hier immer noch ein Stall für die Tiere. Vielleicht auch mal ein Gewächshaus. Weil wir haben noch nicht Sommer. Und wenn das dann ist, dann wird das ganz schön... Also beim Sommer können wir wahrscheinlich hier nichts mehr pflanzen. Und die Tiere werden auch abhauen. Oder sterben in der Hitze. Das sollten wir mal vorplanen. Jetzt sollten wir uns hier auch mal ein paar Tiere noch fangen. Äh, was haben wir denn hier so? Der ist auf Jagen gemacht. Moment, was brauchen wir denn? Eine Schildkröte haben wir noch gar nicht. Und die ist auch mal männlich. Aber trotzdem. Wenn eine weibliche hätte ich dann auch noch gerne. So, wir holen uns hier einfach mal ein paar. So. Hier liegen mal noch die Tierleichen rum von der Cobra damals. So, klar müssen wir auch immer noch aufpassen natürlich. Ich suche gerade. Ich sehe nichts. Ich sehe keine Tiere. Hier ist eins. Weiblich. Was hatten wir jetzt? Wir hatten einen Affen, einen Truthahn und einen Alpaka. Einen Alpaka-Weibchen könnten wir noch dazu holen. Hier sind welche zufällig. Und da ist auch ein Weibchen dabei. So. Ein männliches. Aber gerade ist da auch keiner wirklich zugewiesen. Ich glaube, Land 4 war da eigentlich. Oder? Mal kurz. Tiere 7. Ah, Robert sogar 11. Okay. Vielleicht sollten wir da mal gucken, dass Robert sich da wieder drum kümmert. Tier 1. Machen wir mal. Setze ich hier die Sachen auf 2. So. Dann kann er sich darum mal kümmern. Yumi macht immer noch die Felder. Auch wichtig. Land 4 forscht. Und er baut jetzt den Stahl. Okay. Das funktioniert. Glaube ich. Stahl brauchen wir jetzt eh in Massen. Deswegen können wir da ruhig mal ein bisschen abbauen lassen. Auch wenn wir hier schon ein bisschen ein Vorrat jetzt haben. Aber das brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Das reicht nie. Was macht der? Der versucht jetzt zähmen. Gut. Wir müssen auch mal die ganzen Sachen hier eigentlich mal reintragen lassen. Ich mache hier mal gerade ein bisschen. Das vergammelt uns ja einfach hier draußen. Und gekocht wird auch gar nicht mehr. Wir haben gar kein anderes schönes Essen mehr. Ist der leer? Ist der leer? 33 geht eigentlich. Warum kocht die nicht? Keine Materialien. Okay. Also brauchen wir Fleisch jetzt, oder wie? Moment. Wahrscheinlich deswegen. Ähm. Wo ist die einfache? So. So. Machen wir das mal wieder. Dann müsste das eigentlich gehen. Ja. So. Daran habe ich nicht gedacht. Kann ich mal wieder ein bisschen was zu essen machen. Weil die ganze Zeit Bären futtern. Da brauchen die so viele Massen dann von. Ist auch Quatsch. Hm. Noch haben wir kein neues Tier. Scheint noch nicht so erfolgreich zu sein. Trotz des eigentlich sehr guten Wertes. Ach. Hier wurde der Schrank fertig gebaut. Das ist schön. Da haben wir eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Aber anscheinend nur dafür. Aber auch für die beiden, glaube ich. Man sieht nur gerade die Linie nicht. Okay. Für den Tisch bringt das leider nichts. Das scheint immer noch nicht fertig gebaut zu sein. Moment. Das machen wir mal eben. Weil ich will sehen, ob dann die Lampen endlich mal gehen. Wir müssen ja unbedingt mal reinigen lassen. Sieht auch gar nicht schön aus. Aber gut. Alles naheinander. Ja. Neues Tier haben wir wohl nicht dazu bekommen heute. Schade. Ist jetzt auch nicht so wichtig erstmal. Aber naja. Unser Essen wird auch schnell runtergehen. Wenn hier erstmal eine richtige Dürreperiode kommt, denke ich. Vielleicht sollten wir hier schon mal was machen. Wir müssen mal gucken. Wenn man jetzt so ein Gewächshaus baut, braucht man so eine bestimmte Lampe. Ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Hier. Künstliche Sonne. In dem Feld nämlich, wie die künstliche Sonne ist, können wir dann was anpflanzen. Das ist immer doof. Man sieht das danach nicht mehr. Also man muss halt vorher schon irgendwie planen, wo man dann anbaut. Aber wir können das hier schon mal irgendwie so hinsetzen. Äh, noch nicht die Sonne, aber schon mal, dass wir gucken, wie wir jetzt bauen müssten. Hm. Könnten hier direkt ransetzen. Vielleicht lieber mit einem Platz. Könnte man das sogar direkt verbinden. Jetzt wollte ich auf dem Bildschirm zeigen, weil ihr das ja dann auch total sieht, wenn ich jetzt auf dem Bildschirm zeige. Ja. Einfach zu der Wand könnte man das ja mit dem Lager verbinden. Hm. Wenn wir das jetzt hier so hinbauen. So. Achso, das Problem ist, wir können die nicht. Wir müssen das abreißen, weil... Moment, ich muss mir das mal merken. Wenn wir die jetzt hinbauen und die wirklich einer baut, dann brennt die uns durch, wenn es regnet. Das ist doof. Also merken wir uns mal bis da oben zu den Bäumen. Und unten auch bis zu den Bäumen. Okay. Äh, ja. Ich bin mir nicht sicher. Sollte man da eine Holzwand machen? Wahrscheinlich eher nicht. Sollten wir wahrscheinlich wirklich eher Stahl benutzen, weil Holz, ähm, denke ich mal, die Wärme dann auch wieder besser leitet. Jetzt sollten wir sogar... Naja, hier ist aber der Boden nicht gut. Gut, wir nehmen, glaube ich, Stahlwände. Dann mache ich das aber doch hier getrennt von dem. Dann machen wir hier einfach einmal so einen Durchgang irgendwie. So. Mache ich mal so. Achso, in der Breite habe ich es mir jetzt nicht gemerkt. Moment. Haben wir das Ding jetzt wieder? Hier. So, das können wir hier so direkt ranbauen. Gut, da sind wir eigentlich schon ganz richtig. Hier ein bisschen zu lang gebaut. Okay. Funktioniert. Moment. Also, ein paar Dinger daneben. Gut. Das kann ich so einfach, wenn man den Bauplan daneben nicht sieht. Ich glaube, so. Moment. Nochmal vergleichen. Ach nee, jetzt ist ein zu wenig. Verdammt. Schön. Also, so. Denke ich mal, aus Stahl wird das besser nachher mit der Hitze. Ich denke, dass es so ist. Ich weiß es nicht genau. Würde ich das hier so verbinden, dass man da gleich ins Lager kann. Mach hier auch nochmal eine Tür. Kann man hier gleich so rüberrennen. Ansonsten müssen wir erstmal abwarten. Wir können da, wie gesagt, das Ding noch nicht bauen. Wenn es regnet, haben wir Pech. Aber wir können schon mal Feld ziehen. Ähm, Moment. Bei Zone. Mach mal schon mal eine Anbauzone. Ähm, ja. Jetzt habe ich mir das natürlich nicht gemerkt. Eigentlich immer eins weiter, oder? So, glaube ich. Ne, das sieht irgendwie falsch aus. Moment, wir gucken uns das nochmal an. Ähm, fast. Okay, wir brauchen nur noch eine Ecke. Und dann haben wir es. Na, komm. So, dann haben wir das. Ähm, da würde ich sagen, machen wir einfach ganz normal Kartoffeln drauf. Moment, kann ich hier mal bitte ins Nichts klicken irgendwie? Ich möchte das weg haben. So. Ja. Einfach hier einmal Kartoffeln. Dann können wir hier nochmal so ein gleiches Feld daneben ziehen. Da würde ich dann nämlich gerne hier Medizin noch anpflanzen. Ziehen wir nochmal in der gleiche Fassamme hier. Dreizehn. Dann können wir die Wand auch eigentlich lassen. Wird schwerer, wird es dann... Der Innenraum ist zwölf, ja. Haben wir. Wird es wahrscheinlich schwerer, wenn wir das nicht machen. Ich mache das mal mit einer Tür. Wegen der Hitze nachher, dass wir die auch draußen halten. Dann machen wir hier nochmal, oder hier. Dann machen wir hier unten eine Tür. So, dann kann man hier einmal durchlatschen. Ziehen wir da auch nochmal ein Feld für die künstliche Sonne. So. So. Ne, da war jetzt was falsch. So. Und so. Irgendwas habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Moment. Gucken wir uns nochmal an. Ich habe es zu weit gemacht, ne? Ja, da ist es zu weit. Ähm, wie machen wir das weg? Das kann ich wahrscheinlich nicht einfach nur ein Gebiet so machen, oder? Hier. So. Jetzt ist richtig. Ja, wenn das dann alles fertig gebaut ist, können wir die Sonne reinsetzen und dann ist gut. Und natürlich auch die... Na, die Kühlung. Irgendwie habe ich gerade das Wort Mikrowelle im Kopf, aber ja, die Kühlung. Das muss auch noch fertig gebaut werden, unbedingt. Okay, der ist am Zehmen, den nehme ich jetzt nicht. Schön, die kocht uns hier schön die Mahlzeiten, das ist super. Aber jetzt will ich erstmal eine Kühlung haben. Sonst haben wir ja wieder kein Innengebiet. Solange das so ist. Die beiden schlafen. Irgendwie haben wir ja zwei änderte Schlafzeiten. Hm, ich weiß nicht warum. Gut, dann sind wir heute leider nicht dazu gekommen, das fertig zu bauen. Dazu fehlt uns noch ein bisschen was, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal. Und das... Ja, weiß ich nicht, ob wir das in der nächsten Folge schaffen müssen. Mal gucken. Bis dann. Wir традиzialismus. times Cundin. Im.